Das heißt, wenn du jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking? Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Also ich nehme an, die hätte doch unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert. Und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt. Eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu packen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, neben die Chinesen uns mit allem drum und dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen und zwar ziemlich gewaltig.